Hallo, wer ist denn da? Der Bürger mit der Maske. Der Bürger mit der Maske. Wer bedroht das Leben dieser Mädchen? Ist es ein Wahnsinniger, ein Triebmörder, ein Sexualverbrecher? Wer ist der Bürger mit der Maske? Dieser verfluchte Hund! Er ist der Mörder! Nehmen Sie ihn fest, Inspektor! Er war es! Er ist es gewesen! Lassen Sie ihn untersuchen! Er hat sie ermordet! Er war Mörder! Mörder! Was machen Sie da? Wo waren Sie gestern Abend? Ich habe ein Alibi. Die Polizei ist machtlos. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit, bevor er ein neues Opfer findet. Der Bürger mit der Maske. Entlarven Sie ihn! Der Bürger mit der Maske. Der Bürger mit der Maske. Der Bürger mit der Maske. Entlarven Sie ihn!